Der Koto-Heda-Schrein ist ein altes, den Göttern der See gewidmetes Heiligtum. Fast jeder, der Körner besucht, kommt auch hierher. Und entsprechend sind die Straßen stets voll von Touristen. Zum Schrein hinauf führt eine lange Treppe mit 1368 Steinstufen. Links und rechts entlang des Weges zum Haupttour reihen sich Andenkenläden und etliche der Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Das Kanamadu-Theater ist die älteste erhalte Kabuki-Bühne Japans. Die hier gezeigte Kabuki-Aufführung ist eines der jährlich wiederkehrenden Anzeichen, dass der Frühling in Schkoko einzieht und die Pilger wieder auf Wanderschaft gehen. Das Kanamadu-Theater